Sie wollen schnell zu jedem beliebigen Abschnitt des Stücks gelangen. Sie wollen das Blättern durch Tippen oder Wischen oder per Bluetooth-Pedal zuverlässig steuern. Sie wollen beim Wiederholungszeichen nicht lästig zurückblättern müssen. In der Handy-Library-App können Sie extrem schnell und geräuschlos navigieren, auch in umfangreichen Notentexten. Blättern oder springen Sie zu beliebigen Sätzen, Takten, ja sogar zurück zum Beginn einer Wiederholung. Neben dem üblichen Seitenweisen Wischen und Tippen können Sie auch satzweise oder zehntakteweise springen. Selbst der Sprung zurück beim Wiederholungszeichen ist nur ein Tippen. Schauen wir diese Features gemeinsam an. Es gibt drei Möglichkeiten, die Noten durchzublättern. Eine Notenzeite vor oder zurück gelangen Sie, wenn Sie mit einem Finger in das rechte oder linke Drittel des Bildschirms tippen. Sie können Sie mit einem Bluetooth-Pedal vorwärts oder rückwärts blättern. Weiters können Sie durch ein größeres Werk springen. Es gibt mehrere Mürdigkeiten. Am unteren Bildschirmrand sehen Sie eine Folge von Punkten. Jeder sichtbare Punkt entspricht einer Notenzeite. Wischen Sie über die Punkte und blättern Sie damit rasant durch die elektronische Ausgabe. Taktanzeige. Rechts unten auf dem Bildschirm finden Sie die exakte Angabe, wo im Werk Sie sich gerade befinden. Wenn Sie auf diese Ziffern tippen, öffnet sich ein Navigations-Pop-up. Hier können Sie entweder bequem zu jedem Satz des Werks hin- und herspringen oder Sie springen zu bestimmten Takten innerhalb des Satzes. Tippen oder Halten. Tippen Sie dazu auf die römische oder arabische Ziffer oder halten Sie die Ziffer im Kreis und ziehen Sie die gewünschte Ziffer durch Links-Rechs-Bewegung dort hinein. Kommt im Stück ein Wiederholungszeichen vor und Sie wollen zurück zum Anfang der Wiederholung springen, dann tippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm. Egal wie viele Takte dazwischen liegen, Sie springen dann in einer Millisekunde zurück an den Anfang der Wiederholung. Dies funktioniert auch mit einem Doppeltab auf Ihrem Bluetooth-Pedal. In den gedruckten Noten nicht ausgeschriebene Da-Capo-Abschnitte erscheinen in der App an Ort und Stelle nochmals. Man kann also einfach weiterspielen und muss nicht zurückspringen. Im dritten Satz der Frühlingssonate von Beethoven erscheint das Scherzo nochmals nach dem Trio, damit Sie nicht zurückspringen müssen. Die vielen Features, um durch Ihre Noten zu navigieren, sind durchdacht, um Ihre Arbeit als Musiker zu erleichtern. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Üben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Üben. Vielen Dank.